hallo und herzlich willkommen hier ist wieder kobra von gamesforgamers tv und heute gibt es ein kleines ich will mal sagen abo special und zwar ist es für euch für euch abonnenten und ja mittlerweile haben wir die 100 abo marke geknackt und da haben uns mal gedacht machen wir doch mal ein abo special von und ja erstmal wollte ich mich bei euch bedanken dass ihr so fleißig zuschaut dass ihr uns abonniert habt das hilft uns wirklich sehr und ich würde mich freuen wenn natürlich die abo zahlen natürlich noch weiter steigen wenn wir natürlich noch mehr zuschauer bekommen unser kanal ist jetzt ja einen guten monat alt dafür denke ich haben wir schon ganz gut zugelegt auch mit den videos und ja wir freuen uns einfach in zukunft auch darauf dass wir wie gesagt noch mehr von euch hören noch mehr feedbacks von euch bekommen und ja ist natürlich auch nicht leer ausgehen bei der ganzen sache deswegen haben wir uns gedacht machen wir noch mal eine kleine verlosung kleines gewinnspiel und zwar geht es dann heute darum um einen 14 tägigen xbox live gold eine gold mitgliedschaft wie gesagt zwei wochen und ja die könnt ihr ganz einfach bei uns abstauben ihr müsst nur was unter das video in die kommentare schreiben schreibt einfach rein warum ihr gerade die 14 tage xbox live gold mitgliedschaft benötigt vielleicht habt ihr gerade welches abo gerade ausgelaufen und ihr wollt einfach noch mal ein bisschen verlängern dann macht bei uns mit und ich ja wie gesagt ich bedanke mich noch mal ganz recht herzlich auch im namen vom stummi und ja im anschluss gibt es bei uns noch nach dieser sequenz gibt es noch ein paar kleine highlights von ein paar videos habe ich zusammengeschnitten für euch da war alles dabei halo 4 dead space 3 die demo crisis und wie gesagt schaut euch einfach an ich hoffe es gefällt euch und ja dann würde ich ganz einfach sagen schaut weiter rein schaltet immer wieder ein wir freuen uns auf unser nächstes projekt und zwar kommt jetzt bei dead space 3 raus und ja wir freuen uns drauf an der stelle wie gesagt das gewinnspiel endet dann wenn oben in der beschreibung steht gewinnspiel ist beendet also achtet darauf und ich wünsche euch viel glück und viel erfolg beim gewinnen bis dann dann tschüss das kommt noch ein paar mehr und der kriegt gleich in den mund rein du in den mund dass er wie als wenn ich ein dildo verschießt ich linst da mal raus ja da kommt auch noch einer da ist er hab ihn noch einer ja der hat mich ich habe leichten ausschlag hört sich auch gut an oben dann lass uns sowieso mal das ist doch nicht wahr scheiße die sind zwei stück sind direkt über dir egal ich will nur überleben danke ich wusste das gleich vier stück hintereinander weggelöffelt hier zack da habe ich daneben geflaggt aber er auch ich kann dich einfach gar nicht mehr leiden was ist denn da los gibt es doch gar nicht zack den auch gleich mit nein berri ich habe hier ein heißes duel mit berri und er macht mich nieder ich schon wieder letztes leben das gibt es doch gar nicht was ist hier los ich hab schon fünf zu null ich drehe ab wieso kann ich hier nicht mal eine nade werfen ja du kannst mich mal am arsch legen weißt du was weißt du was mach deinen scheiß doch alleine so sieht das doch aus ich möchte euch zuschauer nur mal noch mal kurz erzählen der kobra der spielt nicht so wie andere leute von zu hause sondern in wirklichkeit sitzt er in der jva so sieht das nämlich aus deswegen deswegen nenne ich ihn nämlich auch mal knast kobra weil sitzt nämlich gerade so sieht das nämlich aus ja genau richtig weil er nämlich beim krämer um die ecke drei lollis geklaut hat nein ganz ehrlich da werde ich vom michael von hinten abgeknallt der michi der michi der alte michi mein gott michi mir hier daneben geschossen alter nein 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 oder werde ich wieder abgerütteln oder eben schon wieder letztes lebens gibt es doch gar nicht da fängt schon der erste an zu feuern auch party gibt mir einen raketenwerfer haut die granaten darunter Bombs so ich stört mich jetzt eiskalt darunter bist du todesmutig ja bin ich deswegen heißt du auch kobra und nicht blindschleiche richtig ja klatsch ich bin mal erster geworden wow ja ich hab dir doch gesagt irgendwann ist auch mal mein tag in den hals der trinkt die nächsten wochen durch den strom mal sehen was hier jetzt passiert kommt hier noch irgendwas ich sehe da vorne gar nichts oh mein gott bäm 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 ja der hat keine chance kann ich die auch gegen's schien meintreten ich glaube nicht ne ich glaube auch nicht das funktioniert glaube ich nicht so halli hallo oder liegen ja noch welche rum hier noch gerne mal auf dann noch nicht jetzt sollte sollte es mal da hinten an dieses blaue an dann bist du hier vorhandenen port dran gewesen ich glaube ich habe noch was gedrückt ja dann kommen wir hier rüber und drücken an dem auch was ich kann mich nicht mehr heilen ich bin gleich da und dann macht schnell aber irgendwie sagt er mir dass ich das gar nicht kann aber irgendwie nur heilung oder jetzt hat mich der borat zerfetzt was soll das wollen sie mich verarschen was hat er denn für einen auftrag los doch ja wir sind ja wieder mit dick dabei das war anscheinend die demo von der 3 das ging ja flott ja nett